So meine Lieben, Sitka ist wieder hier, eine neue Folge The Long Dark. Wir haben hier immer noch die Aufgabe, dass wir einen Hirsch erlegen sollen, um 10 Kilo Hirschfleisch. Da oben ist der Aussichtsturm. Ich laufe hier vollkommen falsch. Warte mal, kann ich jetzt hier vielleicht noch durch? So, und jetzt geht es hier auch noch schön bergauf. Wir schaffen wirklich den ganzen Tag hier nichts zu machen. Na, hier ist wieder eine unsichtbare Wand. So, und jetzt müssen wir erstmal hier wieder den See wiederfinden. Die Jagdgründe, wie es immer so schön heißt. Ja, ist klar. Und ich bin gerade nicht bewaffnet. Ah, den habe ich erlegt. Das hast du nun davon. Schlampe, Dreckser, Hurensohn. Entschuldigung. Endlich mal. Den schnippe ich auf hier. Ah, nicht her hier, den Piss. Wie lange sind wir da beschäftigt? Egal. Vollkommen Wumpe. Hauptsache wir haben irgendwas gejagt. So, jetzt wird es dunkel hier. Und neblig. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückfinden. Ja, ja, ja. So, komm, wir essen hier irgendwas. Erstmal das hier. Diesmal haben wir so einen Dreckswolf erlegt. Oh, 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 oh. Nein, da kommt der Nächste und ich trinke gerade Wasser. Hey, ich habe dich gerade angeschossen, du Scheißvieh. So, wie geht's mir? Ich habe Blutverlust. Ich muss einen Verband nehmen. Äh, Verband, Verband, Verband. Hier, Verband. Ja. So, was habe ich noch? Ach nee. Erstmal muss ich gucken, was ich habe. Ich habe noch Infektionsrisiko. Dann nehmen wir Antiseptikum. So. So, dann nehmen wir hier die Püfte. Und ich kann leider... Kann ich noch ein Kaffee trinken vielleicht? Der mich ein bisschen ausruht. Da oben ist ein Funkturm. Scheiße. Und ich habe im Moment überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Vielleicht sollte ich... Warte mal, da hinten irgendwo ist der Aussichtsturm. Dann sollte doch in die Richtung das Gleis zu finden sein. Dann gehen wir halt doch erstmal zu unserer Zentrale. Von da aus würde ich nämlich wieder einen Weg finden. Und da kommt uns natürlich wieder so ein Scheiß-Räufe entgegen. Ah, na toll. Diesmal erwischen wir ihn wieder nicht, weil ich zu hoch geschossen habe. Scheiße. Oh Mann, ey. Starke Prellung, leichte Prellung, alle Scheiße hier. Leck mich doch am Arsch. Fuck, ey. Wir haben fast keine Munition mehr. Wie soll ich denn jetzt einen Scheiß-Wirschen auffangen? Mist hier. Rennen kannst du auch nicht mehr. Ich gehe zu Ende hier, weil ich zu blöd bin, wieder nach Hause zu finden gerade. Scheiße. Ich hätte ein bisschen mehr darauf achten sollen, wo ich langgehe. Ja. Da hinten ist noch ein umgeknickter Baum. Das ist doch relativ markante Zeichen, oder? Ist hier die Gleisstrecke? Nee. Hier ist ein Fluss. Ich glaube in die Richtung. Nee. Also ich habe gerade wirklich keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Ich habe mich echt fern laufen. Ich habe wieder zum namenlosen See gefunden, oder was? Gut, dann weiß ich jetzt, wo es erstmal Richtung Bären-Töter-Lager geht. Das hat mir aber nicht weiterhilft, weil ich immer noch einen scheiß Hirsch erleben muss. Ach, Mann, 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 Mann. So, dann müssen wir jetzt in diese Richtung über zwei Hügel rüber. So, hier sind gerade gar keine da. Ja, bloß, was machen wir denn? Wenn wir jetzt hier so eine Art Sackgasse geraten, wenn ich jetzt keine Munition mehr haue, wie soll es denn da noch einen Hirsch fangen? Und so viel Schuss habe ich jetzt nicht mehr. So ein Nachladen ist nicht mehr. Magazin ist nicht mehr voll. Ach, das nervt schon wieder. So, da werden wir bestimmt wieder nicht über diesen doofen Stein kommen. Wir sind jetzt schon wieder ganz schön steil bergab. Doch, da berechnen wir uns gleich wieder. Ne, doch nicht. Jo. 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 So, jetzt nochmal über diesen Berg und dann müssten wir auch gleich wieder an der Hütte des Bärenjägers sein. Ja, dann haben wir irgendwie fast zwei Folgenlang nichts gemacht, ne? Doch, wir haben immerhin ein Wolf mal geschafft. Ein Wolf angeschossen, der müsste jetzt hoffentlich irgendwo auch als Kadaver rumliegen. Ja, das nervt jetzt gerade ein bisschen hier, diese Sinnlose durch die Gegend, die Laufe. So, sind wir jetzt wieder richtig? Ja, wir sind richtig. So, was wir jetzt mal gucken könnten, ist, ob ihm Wolfsfleisch genauso recht ist wie Reefleisch. Das sollten wir hinpacken. In den Behälter. Aber Reefleisch, dann wollen wir mal gucken. Wenn nicht, können wir hier wieder rausnehmen. Und dann können wir aber auf jeden Fall hier an seinem Endplusfeuer erstmal schön braten alles. So, ich hätte gern das hier mal da reingelegt. Leg mal eins hier rein. Leg mal noch eins hier rein. So. Und jetzt gucken wir mal, ob er uns hier was anzeigt. Und das hat sich leider nicht geändert. Also, ja, das ist richtig. Ähm, ja. So. Wir haben also heute erstmal Janus geschafft, außer dem Wolf zu überlegen. Leg mal hier die Püfte weg. Dann benutzen wir jetzt erstmal hier schnell dein Wolfsfleisch und garen, äh, dein Feuer. Und garen das. Jawohl. Und das garen wir auch. Und dann müssen wir uns unbedingt noch von Inventar trennen jetzt hier. Zumindestens, was wir dann hier liegen lassen, etwas später wieder mitnehmen. Zum Beispiel das Werkzeug brauchen wir jetzt nicht. Die Lampe brauchen wir jetzt nicht. Ganz so viel Nahrungsmittel brauchen wir jetzt nicht. So. Dann lass es doch hier jetzt einfach mal ein bisschen was weglegen. Zum Beispiel erstmal an Essen. Hier das hier. Ablegen, 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 ablegen. So, dann sortiert man das mal nach Gewicht. Zwei Liter Wasser. Kann man davon was ablegen? Zum Beispiel ein Liter. Jawohl. So. Legen wir das mal noch ab. Dann legen wir mal hier von dem Kaffee noch ein bisschen was ab. Drei Tassen sollten reichen. Davon legen wir mal noch was ab. So, dann haben wir auch hier schon mal ein bisschen was erledigt. So, dann müssen wir uns gleich mal noch unsere Bekleidung angucken. Was nehmen wir hier von noch? Ja, das wiegt alles nicht wirklich was. Hier. Halt, dazu gehen wir aber einen Schritt weiter. Hier haben wir jetzt die ganzen Nahrungsmittel. Hier das Feuerholz. Das können wir doch mal weglegen. So, was haben wir hier noch schön mit. Die Lampe legen wir weg. Die Axt behalten wir mal noch. Den Beutzenschneider können wir aber erstmal weglegen. Das Brecheisen können wir auch erstmal weglegen. Genauso wie das Werkzeug und die Taschenlampe. Was haben wir hier noch? Frischer Wolfspelz. Ah, die müssen wir noch zum Trocknen legen. Vorne lag da schon was. Ablegen. So, jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt sind wir mal gut gewichtlos geworden. Dann lass uns mal noch ein bisschen schauen, ob wir irgendwie unsere Klamotten noch ein bisschen verbessern können. Oder müssen. Irgendwo haben wir doch einen Riss gekriegt. 94, 96, 97, 74. Das heißt, hier hat eine Hose. Das Schlechteste war das Ding hier. Aber ich habe keinen Stoff gerade da. Gut, soweit zum Thema. Ich muss was reparieren. Kann ich sonst hier noch was? Ich kann hier noch die Hagebutten herstellen. Dann lass uns jetzt die Zeit nutzen und das noch schnell fertig verarbeiten. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Haben wir alles nicht. So, die können wir mal noch schnell kochen. Und die können wir auch mal noch kochen. Und dann versuchen wir das morgen erneut. Halt, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, dann lass uns hier das Ding mal noch aufessen. So, dann trinken wir hier noch einen Schluck Wasser. Und dann legen wir uns jetzt mal für... Komm, einmal richtig ausruhen. Uah! Dann legen wir uns jetzt für zwölf Stunden schlafen. Dann soll doch wieder hell sein. Wir haben natürlich dolle Durst. Und draußen ist mieses Wetter. Oh, und wir haben glaube ich kein Wasser mehr. Aber es ist nicht so schlimm. Wir essen hier noch ein bisschen was. So, hier lag ja irgendwo noch eine Wasserflasche rum. Die nehmen wir. Die trinken wir auch. Und dann haben wir noch genug dabei. So. Inventar ist jetzt schön leer. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Wetter draußen an. Und gucken mal, ob wir bei dem Sturm... Irgendwas besehen können. Natürlich nicht. Das ist jetzt zu doll. Bei dem Wetter brauchen wir... ...nicht versuchen, irgendwie einen Hirsch zu jagen. Und da sehen wir ja gar nichts. Da verlaufen wir uns bloß und sterben elendig. So, ja. Dann setzen wir uns hier mal auf den Schlafsack. Und... Können wir jetzt hier noch mal zwischendurch schlafen? Wir hoffen, dass in zwei Stunden... ...das Wetter besser wird. Zeige ich mal her, hier. Ach du Scheiße. Wird ja mal schlimmer. Dann lassen wir uns mal hier kurz mal an den Endlosfeuer gehen. Und uns mal nochmal zwei Liter Wasser kochen hier. So. So. Und kochen. So. Oh. Und kochen. Wetter wird besser. Dann lassen wir uns schauen. Jawoll. So. Wir klimpern gar nicht so. Wir sind fit. Wir sind fast aussehut. Gut. Wir schleppen jetzt zwei Liter Wasser mit uns rum. Was nicht hätte sein müssen. Aber nicht so schlimm. So. Jetzt hier einmal den Berg hoch. So. So. Hier wieder runter. Und dann da hinten nochmal über den Berg. Kann man schon hier ein bisschen laufen. Jawoll. So. Dann schauen wir mal, ob uns da die Jägers, äh, der Waldmann diesmal, äh, wohlgesonnen ist. Quasi. Oh, ich hasse das hier. Immer diese... Oh, Leute. Jetzt bin ich hier wieder an der Stelle am Berg, wo ich nicht hochkomme, oder was? Ach, das ist doch dosselig. Na, so ne unsichtbaren Wände hier. So. Hier sind die Jagdgründe. Und da ist ein Reh. Und den holen wir uns. Und da ist noch einer. Den holen wir uns auch. In der nächsten Folge. Bis dahin. Ahoi und ciao, ciao.